Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Vorlesung. In den letzten drei Sitzen haben wir uns mit der griechischen und römischen Antike befasst. Wir haben ideale Staatsentwürfe kennengelernt, da geht es darum, was wäre der beste Staat unter idealen Bedingungen und wir haben reale Staatsentwürfe kennengelernt, da geht es darum, was wäre der beste Staat unter realen Bedingungen. Bei Cicero war interessanterweise beides identisch, bei ihm ist der ideal gerechteste Staat auch der real bestmögliche Staat und das Tolle ist, er ist sogar bereits verwirklicht worden, nämlich in der römischen Republik. Aber er ist auch gefährdet im römischen Bürgerkrieg und durch das aufziehende Kaiserreich. Viele Römer seinerzeit waren eigentlich noch optimistischer, noch unbekümmerter. Die waren der Auffassung, Rom hat vollständige Gerechtigkeit erreicht und ihm wird auch dauerhafter Erfolg beschieden sein. Seine gewaltigen Erfolge, außenpolitisch und militärisch, belegen seine makellose Gerechtigkeit, innenpolitisch und administrativ und diese perfekte Gestalt, vielleicht schon in der Republik, aber durchaus auch im Kaiserreich, garantiert ihm unbegrenzte Existenz. Die Geschichte hat sich also in Rom vollendet, Rom hat eine einzigartige politische Ausgewogenheit erreicht und in dieser Vollendung wird ihm auch unbegrenzte historische Dauer beschieden sein. Und heute befassen wir uns mit dem Aufkommen des Christentums. Wir lernen politische Philosophie bei Augustinus kennen und am Schluss auch kurz bei Thomas und Luther. Und das Christentum steht erst im Konflikt mit dem römischen Staat, dann wird es aber in ihm zur Staatsreligion. Und diesen Status als Staatsreligion füllt es ganz anders, sehr viel nachdrücklicher aus, als die alten kultischen Religionen der Griechen und Römer. Das Christentum bewertet den Staat aus spezifisch religiöser Perspektive und es erhebt einen energischen Ausschließlichkeitsanspruch gegenüber anderen Religionen, die es letztlich verdrängen will. Das Verhältnis zum Staat bleibt dabei allerdings insgesamt zurückhaltend. Auch als das römische Reich schließlich von christlichen Kaisern regiert wird, grenzt sich das Christentum mit seiner geistigen Ausrichtung grundsätzlich von der weltlichen Herrschaft des Staates ab. Das Christentum mischt sich zwar in politische Fragen ein, mitunter auch massiv, aber immer aus der Perspektive eines externen Beobachters, aus höherer Warte. Insbesondere kann für das Christentum die irdische Politik bei allem Bemühen, auch wenn sie christlich orientiert ist, niemals wirklich gerecht sein, sondern allenfalls Vorbereitung auf die wahrhaftige Gerechtigkeit. Und alle Reiche der Menschen können bei allem Erfolg, selbst wenn sie christlich geführt werden, niemals ewig sein, sondern bestenfalls Vorstufen zum Reich Gottes. Und dieser Gedanke eines kommenden Reiches Gottes ist für viele Christen heutzutage gar nicht mehr ein relevanter Bestandteil ihres Glaubens. Jedenfalls nicht im Sinne eines wirklich historischen politischen Ereignisses, in dem tatsächlich einmal die ganze diesseitige Welt durch einen jenseitigen Hereinbruch aufgelöst und völlig neu geordnet werden wird. Die Rede vom Reich Gottes wird heutzutage wenig benutzt und wenn, dann wird sie meistens ahistorisch, apolitisch umgedeutet. Reich Gottes meint kein diesseitiges herrschaftsbezogenes Geschehen mehr, sondern ein geistiges, spirituelles Geschehen. Entweder ein individuelles Glaubensereignis, das entsprechend im Verhältnis zwischen Einzelnen und Gott auch immer wieder erfolgen kann, oder ein menschheitsumspannendes Heilsereignis, das dann aber mit Christi Kreuzestod und Auferstehung auch schon eingetreten ist. Das ist dann schon da. Für die damaligen Christen war das anders. Für die war die Erwartung eines wirklich kommenden Reiches Gottes ganz verbreitet und absolut historisch-politisch gemeint. Man glaubte ernsthaft, dass aus dem Jenseits heraus das Diesseits in all seinen Strukturen aufgelöst wird und eine intelligenzlich neue Ordnung überführt wird. Insbesondere glaubte man, dass die menschliche Herrschaft auf der Erde untergehen und durch eine Herrschaft Gottes auf Erden ersetzt wird. Das Wort, das Jesus im Neuen Testament für das Reich Gottes verwendet, ist Basileia. Das Neue Testament ist auf griechisch geschrieben, da merken Sie noch den Einfluss des Hellenismus. Und Basileia ist genau das gleiche Wort, das in den griechischen Staatstheorien für das irdische Königtum auftaucht, bei Platon oder Aristoteles. Und vor allem wegen dieser Prophezeiung einer anstehenden Auflösung aller irdischen Herrschaft und der Ersetzung durch ein göttliches Königreich geriet das Christentum anfangs in Konflikt mit dem Römischen Reich, das ja auf ewige Dauer angelegt war und das diese Untergangsverkündigung deshalb immer als subversiv empfinden musste. Und es blieb auch später immer in gewisser Distanz zum Staat. Denn auch als christlicher Staat konnte der nur eine vorübergehende und minderwertige Erscheinung sein. Durch diese Distanz entsteht jetzt ein völlig neues Verhältnis zwischen Religion und Politik. Und das Christentum verortet sich diesbezüglich ganz anders als die alten heidnischen Kulte. In diesen heidnischen Kulten harmonieren die religiösen Normen grundsätzlich mit der politischen Gerechtigkeit. Klar, da gibt es Ausnahmen, den berühmten Mythos der Antigone, die will ihren Bruder gemäß dem religiösen Gesetz bestatten, was gegen Creons politisches Gebot verstößt. Aber dieser Konflikt ist außergewöhnlich. Deshalb ist das so eine berühmte Geschichte. Im Christentum wird so ein Konflikt später zum Normalfall. Die heidnischen Kulte hingegen fordern in der Regel nichts anderes als die politische Ethik. Das zeigt sich unter anderem darin, dass Platon und Cicero in ihre Entwürfe zum Staat umfangreiche Gesetzeskataloge zur Religionsausübung aufnehmen. Die kultischen Gesetze gehören einfach zu den staatlichen Gesetzen. Zweitens, der religiöse Dienst dient dem politischen Erfolg. Kulthandlungen folgen dem Prinzip des Do und Des. Ich gebe damit, du gibst. Man verehrt die Götter, um von ihnen Beistand zu erhalten. Man bringt ihnen Opfer, um Schutz zu gewinnen. Das schlägt sich unter anderem darin nieder, dass zu den staatlichen Aufgaben regelmäßig auch kultische Ämter gehören. Die Könige von Sparta hatten zwei Aufgaben. Erstens Führung des Militärs, zweitens Erkundung des göttlichen Willens. In Rom gab es das Amt des Pontifex Maximus. Das war der oberste Priester des römisch-heidnischen Götterkults. Und Cäsar und Augustus hatten dieses Amt inne, neben ihren weltlichen Ämtern. Die waren mal Papst. Im Christentum löst sich dieses unproblematische Verhältnis auf. Die Beziehung wird spannungsreich. Und zwar auf beiden Ebenen. In normativer Hinsicht müssen religiöse Forderungen und weltliche Gerechtigkeit keineswegs harmonieren. Und in effektiver Hinsicht muss religiöse Tugend keineswegs weltlichen Erfolg befördern. In beiden Perspektiven separieren sich also Religion und Politik, was letztlich in die Gegenüberstellung von Kirche und Staat mündet. Die gab es in den heidnischen Kulten so nicht. Die Kulte bildeten keine separate Organisationsform, keine Kirche. Die waren ins Staatswesen integriert. Aber das Christentum lässt sich nicht integrieren. Das stellt sich schließlich dem Staat als Kirche gegenüber. Diese Abgrenzung ist unterschiedlich radikal. Teilweise geht es nur um eine schlichte Trennung. Das Religiöse hat nichts mit dem Weltlichen zu tun. Das Reich Gottes ist etwas ganz anderes als das Reich der Welt. Das ist möglicherweise schon in der jesuanischen Lehre so angelegt. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber gebt Gott, was Gottes ist. Da geht es um einfach die Trennung von weltlichen und göttlichen Normen. Oder mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das ist einfach die Trennung von geistigem und weltlichem Heil. Teilweise aber geht es auch um einen unversöhnlichen Gegensatz. Dann denkt man, religiöse Normen widersprechen der weltlichen Gerechtigkeit. Geistiges Heil widerspricht irdischem Erfolg. Und das wurde vor allen Dingen durch frühe historische Erfahrungen der Christen verankert und bestärkt. Der römische Kaiserkult ist für die Christen religiös frevelhaft, wird aber vom Staat politisch gefordert. Da haben sie wirklich einen Gegensatz zwischen geistiger und weltlicher Gerechtigkeit. Und die hieraus entstehenden Christenverfolgungen bedeuten Leid auf der Welt, sind aber der Preis für die Seligkeit. Da haben sie den Gegensatz von himmlischem und irdischem Erfolg. Seit letzter Woche ist Rom Kaisertum. Formal werden die republikanischen Strukturen zwar beibehalten, aber das sind nur noch Verwaltungsinstanzen, keine echten Entscheidungsgremien mehr. Alle politische Entscheidungsgewalt liegt beim Kaiser durch entsprechende Ämterhäufung. Unter anderem hat er auch stets das höchste Priesteramt inne. Der Kaiser ist jetzt immer Pontifex Maximus, woraus später dann mal der christliche Papst werden wird. Es gibt zunächst einmal gelegentliche Krisen und Umstürze. Es gibt schon mal Nachfolgestreitereien. Es gibt mehr Kaiserjahre. Aber insgesamt ist das Reich innenpolitisch recht stabil und auch außenpolitisch recht erfolgreich. Wir haben eine längere Friedenszeit, die Pax Romana hält und es gibt eine moderate weitere Ausdehnung. Britannien, West- und Südgermanien kommen dazu. Die größte Ausdehnung erreicht es 117 nach Christus unter drei Jahren. Aber so ab dem zweiten Jahrhundert sind dann gewisse Verschiebungen und auch Krisenzeichen zu bemerken, die den Übergang markieren von der Antike zur Spätantike. Das ist der Epochenwechsel, den wir jetzt erstmal vor uns haben. Zum einen, das Römische Reich wird immer dezentraler. Es ist immer weniger auf die Stadt Rom oder auch nur auf das Land Italien fixiert. Rom ist nicht mehr durchweg Hauptstadt, sondern andere Städte. Teils in Italien, Mailand, Ravenna sind teilweise Hauptstadt, teils sogar außerhalb Italiens. Konstantinopel ist dann mal Hauptstadt. Das römische Bürgerrecht wird sukzessiv auf alle Bewohner des Reichs ausgedehnt. Anfangs haben das nur die Bewohner der Stadt Rom. Nach den Bundesgenossen kriegen alle italischen Stämme und später alle Angehörigen des Reichs ab 212. Auch die Kaiser sind zunehmend nicht in Italien geboren. Trajan, Theodosius sind in Spanien geboren, Konstantin, Justinian auf dem Balkan. Zum anderen wird die Macht immer mehr auf mehrere Kaiser aufgeteilt. Es gibt teilweise vier Kaiserschaften, Tetrarchien. Die Kaiser stammen bald meist aus dem Militär und werden vom Militär ausgerufen. Es ist die Zeit der sogenannten Soldatenkaiser. Die müssen regelmäßig schwere Kämpfe bestehen, stehen regelmäßig in schwerer Konkurrenz zueinander. Sie fallen oft im Krieg. Sie werden oft durch die eigenen Soldaten ermordet. Die Regierungszeiten sind kurz. Es kommt zur Aufteilung in geografische Machtsphären mit je eigenen Hauptstädten des jeweiligen Kaisers. Zum Beispiel Trier ist dann mal Hauptstadt, so eines Stücks des Römischen Reichs. Insbesondere natürlich gibt es die Aufteilung in Westrom und Ostrom. Die wurde mehrfach vorgenommen, letztmalig und endgültig 395. Und die Karte hier zeigt den Stand der Aufteilung im 6. Jahrhundert. Jesus wird unter Augustus geboren. Wahrscheinlich 4 vor Christus. Der Widerspruch liegt darin, dass ursprünglich ein Jahr als Geburtsjahr angenommen und damit als Jahr 1 festgelegt wurde, das wahrscheinlich falsch ist. Das genaue Datum ist unbekannt. Die historischen Hinweise widersprechen sich. Er wird hingerichtet unter Augustus Adoptivsohn und Nachfolger Tiberius. Wahrscheinlich ungefähr 30 nach Christus. Und das wird in Rom überhaupt nicht wahrgenommen. Das ist ein unbedeutendes Provinzereignis. Unmittelbar danach gibt es auch erstmal keine nennenswerten Christenverfolgungen. Die Christen gelten zunächst nur als Untersekte der Juden, mit denen man sich weitgehend arrangiert hatte. Außerdem herrscht im Römischen Reich grundsätzlich Religionsfreiheit, beziehungsweise sogar Offenheit gegenüber anderen Göttern. Man geht meist davon aus, dass fremde Götter auch existieren und man will es sich nicht mit ihnen verderben. Sie könnten ja existieren, auch wenn die römischen Götter sicherlich stärker sind. Teilweise werden diese anderen Götter sogar in offizieller Form nach Rom eingeladen. Sie erhalten dort in einer bestimmten Zeremonie eigene Kultstätten. Die ägyptische Isis, der persische Mithras, die sind zeitweilig bei den Römern sehr populäre Götter mit verbreiteten Kulten. Und auch die Anbetung des Christengottes ist in Rom daher zunächst kein Problem. Die religiöse Toleranz ist dafür groß genug. Es gibt eine christliche Gemeinde in Rom, es gibt christliche Bischöfe in Rom, es ist bald der dominierende Bischofsitz der christlichen Kirche. Zum Problem wird in der Folge eher umgekehrt, dass das Christentum mit starkem Ausschließlichkeitsanspruch auftritt, die römischen Götter bestreitet, die heidnischen Kulte verweigert. Insbesondere opponieren die Christen gegen den römischen Kaiserkult. Demzufolge römische Kaiser inzwischen göttlichen Status zugesprochen bekommen. Erst nur Verstorbene, später auch Lebende. Und die Christen verweigern diesen Kult. Und hierdurch gewinnt ihre religiöse Ausrichtung eine unmittelbar politische Dimension. Die Verweigerung bestimmter religiöser Riten erscheint als Mangel an politischer Solidarität. Die Christen werden daher zunehmend als subversive Kräfte wahrgenommen, die dem Reich gegenüber illoyal sind, die sich von der Gesellschaft ausgrenzen. Grundsätzlich hatten die Juden ähnliche Probleme mit der Verehrung der römischen Götter und der römischen Kaiser. Aber die Juden und die Römer hatten sich arrangiert. Die Juden waren toleranter gegenüber den heidnischen Kulten, die haben sie nicht so verteufelt. Und sie betrieben ihrerseits keine nennenswerte Mission. Und im Gegensatz dazu hatten sie religiöse Sonderrechte. Die waren von den Opfern für die Götter und die Kaiser ausgenommen. Die Christen erweisen sich als intoleranter und konfrontationsbereiter. Frühe christliche Autoren verteufeln den Götter- und Kaiserkult und schärfen ihren Glaubensgenossen ein, dass sie sich auch auf Nachfrage und bei Todesgefahr keinesfalls daran beteiligen dürfen. Außerdem nehmen die Christen beständig an Zahl zu. Die betreiben massiv Missionsarbeit, insbesondere weil sich die jesuanische Botschaft ja nicht mehr auf das auserwählte Volk der Juden beschränkt, sondern die gesamte Menschheit umfasst. Die Christen werden dadurch im römischen Reich zunehmend als besondere Gruppe und als spezielles Problem wahrgenommen. Die gelten schließlich nicht mehr als jüdische Sekte. Und sie genießen nicht mehr die Schutz- und Ausnahmerechte der Juden, von denen sie sich ja auch selbstbewusst abgrenzen. Erste Erscheinungen von Christenverfolgung gibt es schon im ersten und zweiten Jahrhundert. Als zentrale Maßnahme durch die römischen Kaiser aber eher vereinzelt. Nero hat das wohl gemacht, nach dem Brand Roms, aber wohl auch nur einmalig. Womöglich hat es Marc Aurel gemacht, der Philosophen-Kaiser, der bedeutendste Stoiker nach Cicero und Seneca. Aber er hat es wohl eher geduldet als wirklich selbst angeordnet. Meist waren das eher lokale Erscheinungen. Da gab es konkrete Verfahren gegen Einzelpersonen, weil sie angezeigt wurden durch römische Mitbürger. Teilweise nachvollziehbar. Da gab es eben Unmut über die Verweigerung der Staatskulte. Teilweise war es völlig absurd und unbegründet. Da wurden Märchen erzählt von Inzest und Kannibalismus unter den Christen. Die typisch christliche Spaltung, irdisch diesseitiges versus himmlisch jenseitiges, entsteht wohl schon in dieser Zeit. Möglicherweise ist das ja auch in der Botschaft Jesu angelegt und spätestens jetzt durch die Erfahrung dieser Verfolgung wird es so ausgelegt. Die Verneinung der staatlichen Normen wird geradezu Bestandteil religiöser Tugend. Die Inkaufnahme irdischen Leides wird notwendiger Preis für die geistige Seligkeit. Frühe Märtyrererzählungen entstehen hier, wahrscheinlich zu gewissen Teilen erfunden oder zumindest zu Propagandazwecken stark übersteigert. Eine zweite Welle von Christenverfolgung gibt es dann im dritten und vierten Jahrhundert und das sind jetzt in der Tat systematische administrative Verfolgung durch die Kaiser. Leute wie Dezius, Valerian, Aurelian, Diokletian, Galerius. Hintergrund sind wachsende außenpolitische Probleme. Im Norden hat man die Germanen am Hals, die Goten, Vandalen, Alemannen, Franken. Die bedrohen die Grenzen an Rhein und Donau. Und im Osten hat man Ärger mit den Persern, mit der Dynastie der Sassaniden vor allen Dingen. Die bedrohen Gebiete in Kleinasien, Syrien, Palästina, Ägypten, Nordafrika. Und jetzt wird diese typisch christliche Verweigerung politischer Kulte zur Chefsache. Römische Götter müssen jetzt durch die Kulte besänftigt werden, römische Kaiser müssen der Solidarität versichert sein. Dadurch verstärken sich die Konflikte. Die staatlichen Forderungen nach heidnischen Opferkulten treffen auf eine beharrliche Märtyrerverherrlichung und eine zunehmende Opferbereitschaft der Christen. Und allmählich kippt die Stimmung zugunsten der Christen. Die Verfolgungen gehen nicht mehr auf lokale Befindlichkeiten zurück, sondern das sind zentrale Maßnahmen von außen. Deshalb haben sie keinen örtlichen Rückhalt mehr, sondern erscheinen eher als externe Einmischungen. Die Verfolgungen treffen jetzt auch gezielt die christlichen Führer, Priester, Bischöfe, die teilweise anerkannt und einflussreich sind. Es trifft auch christliche Beamte, christliche Soldaten werden zu Märtyrern. Außerdem entwickelt das Christentum gerade in dieser Krisenzeit für viele Römer eine gewisse Attraktivität. Sich vom Irdischen abzuwenden und sein Heil im Himmlischen zu suchen, wird angesichts der römischen Misserfolge für viele Menschen nachvollziehbar. Außerdem gibt es einen wachsenden Respekt für die Opferbereitschaft und Standhaftigkeit der Christen. Das sind für Römer schon sehr beachtliche Tugenden und hierdurch hat das Christentum Zulauf. Und es ist bald nicht mehr durch staatliche Eingriffe zurückzudrängen, es ist bereits tief in die staatlichen Strukturen eingedrungen. Und jetzt kommt es eben zum Aufstieg des Christentums. 311 erlässt dieser Galerius, der noch Christen verfolgt hat, schwer krank das Toleranzedikt. Christen dürfen jetzt ihren Gott verehren. Sie sollen dabei lediglich bitte auch für das römische Reich beten und sie müssen sich bitte an die öffentliche Ordnung halten. Dieses Edikt ist im Ton der Nachsicht und Toleranz gegenüber Unbelehrbaren verfasst. Die Christen haben es natürlich umgekehrt gedeutet als späte Reue eines verängstigten Sünders, der schon fast auf dem Sterbebett liegt und der deshalb Angst bekommen hat und im Angesicht des nahenden Todes sich jetzt auf die andere Seite schlägt. Wahrscheinlich war da einfach politisches Kalkül dahinter. Angesichts der außenpolitischen Bedrohung kann sich das römische Reich nicht mehr diese innenpolitische Selbstverfleischung leisten. Deshalb bekommt das Christentum ausdrücklich den Status einer erlaubten Religion und sie haben eine Ausnahme von den Opfern für die Götter und die Kaiser. Nur zwei Jahre später gibt es das Mailänder Edikt durch Konstantin I., damals Kaiser des Westens, und Licinius, damals Kaiser des Ostens. In Mailand erlassen, damals die Hauptstadt. Und die vereinbaren Freiheit für sämtliche Religionen, ausdrücklich auch fürs Christentum. Der Kaiserkult ist nicht mehr verbindlich, das Christentum wird offiziell gleichgestellt, Staatsämter werden für Christen geöffnet. Konstantin bevorzugt sogar das Christentum, er bekennt sich zunehmend zu ihm, er lässt sich selbst allerdings auch erst auf dem Sterbebett taufen. Als er Alleinherrscher über das Reich wird, wählt er die griechische Kolonie Byzans als Hauptstadt 330. Die wird bald nach ihm Konstantinopel genannt. Man weiß nicht genau, ab wann sie so heißt. Sie ist dann später das Zentrum speziell des Ostöhmischen Reichs und es ist eben das heutige Istanbul. 380 kommt das Drei-Kaiser-Edikt durch die drei damals regierenden Kaiser Theodosius I., Grazian und Valentinian II. Und jetzt wird das Christentum offiziell Staatsreligion. Stattdessen werden die heidnischen Kulte verboten. Christ zu sein ist jetzt Vorteil, später sogar Bedingung für eine Karriere im Staat. Insbesondere die Kaiser sind ab jetzt durchweg Christen. Die heidnischen Gegenkräfte sind nur noch eine Weile im Senat vorhanden. Der christliche Bischof in Rom übernimmt die Bezeichnung und Stellung des Pontifex Maximus, des obersten heidnischen Priesters, der bisher mit dem Kaiser zusammenfiel. Er wird der wichtigste christliche Bischof. Der Begriff Papst etabliert sich aber erst im 6. Jahrhundert. Also erstaunlich, nach schlimmen Verfolgungen noch im frühen 4. Jahrhundert, eine überraschend schnelle Rehabilitierung und letztlich unangefochtene Etablierung des Christentums im römischen Staat. Und die Frage ist natürlich, inwieweit hat das Christentum jetzt einfach die alten heidnischen Kulte ersetzt und deren Position eingenommen? Und die Frage ist, hat sich jetzt an der typisch christlichen Grundhaltung gegenüber dem weltlichen Staat jetzt was verändert dadurch? Lässt man jetzt doch Gerechtigkeit auch im Irdischen gelten? Sucht man jetzt doch religiöse Bestätigung im politischen Erfolg? Ja und teilweise kommt es sicherlich zu solchen Erscheinungen. Manchmal werden so heidnische Kultverhaltensweisen auf den christlichen Gott übertragen. Etwa bei den konvertierten Herrschern. Natürlich soll jetzt der christliche Gott den christlichen Kaisern zum Sieg verhelfen. Konstantin etwa hatte angeblich vor einer wichtigen Schlacht gegen einen Thronkonkurrenten ein leuchtendes Kreuz am Himmel gesehen. Daraufhin lässt er seine Soldaten dieses Symbol tragen und er siegt. Und das führt er später auf Unterstützung durch den Christengott zurück. Und das entspricht natürlich eigentlich heidnischem Denken. Teilweise wird der Christengott noch durchaus neben anderen Göttern verehrt. Konstantin selber behielt die Verehrung anderer Götter teilweise bei, insbesondere des Sonnengottes. Kreuz und Sonne sind damals die Symbole des römischen Reichs. Konstantin erklärt auch den Sonntag zum Feiertag. Und das ist schon der Tag, an dem die Christen ihren Gottesdienst begehen, aber es könnte auch mit dem Sonnengott zu tun haben. Ähnliche Erscheinungen entdecken sie auch in der Bevölkerung. Natürlich haben die Christen jetzt eine gewisse Genugtuung über den politischen Erfolg. Sie fühlen sich jetzt von ihrem Gott für ihre Treue belohnt. Und sie hoffen auf weitere irdische Erfolge, wenn man diese Treue zu Gott aufrechterhält. Und in dieser Stimmung übernimmt das Christentum durchaus Funktionen der alten Kulte. Christliche Priester segnen jetzt die Waffen. Die Soldaten beten zum christlichen Gott. Außerdem gebärdet sich das Christentum durchaus aggressiv gegen andere Religionen. Den immer schon bestehenden Ausschließlichkeitsanspruch, den lebt es jetzt wirklich aus. Es gibt jetzt Gegenverfolgungen der alten Kulte. Es gibt gewaltsame Christianisierungen. Es gibt jetzt wieder Christenverfolgung, aber jetzt in einem anderen Sinne. Teilweise heftiger und letztlich wirksamer als die umgekehrten Verfolgungen. Es gibt auch erbitterte innerchristliche Auseinandersetzungen um die rechte Lehre, um das korrekte Glaubensbekenntnis. Themen sind, wie soll man die Dreieinigkeit deuten oder die Doppelnatur Christi. Es gibt innerchristliche Pogrome gegen sogenannte Heretiker. Gnostiker, Manichäer, Donatisten, Arianer. Aber trotz alledem bildet das Christentum nach wie vor ein gewisses Gegengewicht gegen die irdische Politik. Es bleibt eine gewisse Grundskepsis gegenüber dem weltlichen Geschehen. Die Weltabkehr der Christen ist sehr tief verwurzelt. Das ist so bereits unter den jetzt noch ganz positiven politischen Verhältnissen. Teilweise verbleibt der Gedanke einer grundsätzlichen Trennung von irdischen und himmlischen. Teilweise lebt auch der Gedanke eines schroffen Gegensatzes zwischen beidem fort. Das verstärkt sich aber, weil jetzt allmählich auch politische Misserfolge geerntet werden. Die Bedrohungen durch die anderen Völker bleiben und nehmen zu. Rom verliert seine unangefochtene Vormachtstellung, gerade unter Führung der christlichen Kaiser. Ihm erwachsen mächtige Gegner. Es gerät an den Rand des Untergangs. Und natürlich gab es jetzt heidnische Kritik. Das kommt davon. Man hat sich von den wahren Göttern des alten Roms abgewandt und jetzt ernten wir Niederlagen. Das zeigt, dass wir einen Fehler gemacht haben und besser umkehren sollten. Das war teilweise unmittelbar theologisch gedacht. Die fehlende Verehrung der alten Götter hat dazu geführt, dass die uns jetzt den Schutz entziehen. Das ist das Prinzip des Do-Ot-Ds. Teilweise war es auch eher mentalitätstheoretisch gedacht. Der Einfluss christlicher Ideen wie Feindesliebe hat zur Schwächung unserer römischen Konfliktfähigkeit geführt. Wir haben die falschen Normen jetzt übernommen. Kein Wunder, dass es den Bach untergeht. Die Christen mussten auf solche Vorwürfe reagieren und sagten, naja, vielleicht war man umgekehrt dem Gott des Christentums nicht treu genug, sodass er fremde Völker jetzt das untreue Rom strafen lässt. Das wäre auch wie das Prinzip Do-Ot-Ds gewesen, jetzt aus Perspektive des Christentums. Vielleicht hat man die Vorgaben des Christentums nicht genug befolgt. Das heißt, die richtige Politik hätte noch mehr an christlichen Normen ausgerichtet sein müssen. Meist aber hat man sich zurückbesonnen auf typisch christliche Positionen aus der Christenverfolgung oder vielleicht von Jesus selbst. Das heißt, man hat Religion und Politik in normativer und effektiver Hinsicht entflochten. Einmal entlang dem Trennungsgedanken. Man sagt, es zählen allein die religiösen Normen, die unterscheiden sich von den politischen Normen. Das geistige Heil hängt nicht von weltlichen Erfolgen ab und es muss auch keine weltlichen Erfolge hervorbringen. Und andererseits hat man auch den Trennungsgedanken noch drin. Geistige Normen stehen den weltlichen Normen entgegen. Politische Misserfolge sind gerade ein Zeichen für religiöse Rechtschaffenheit oder eine Prüfung für die christliche Treue. Die Krise wird manifest in der Aufteilung des Reichs. Unter den Mehrfachherrschaften hat es schon öfter Aufteilungen von Einflusssphären auf mehrere Kaiser gegeben. Theodosius war der letzte Kaiser, der zeitweise noch einmal über das gesamte römische Reich herrscht. 395 nehmen seine Söhne wieder eine Aufteilung in Ostrum und Westrum vor und die bleibt jetzt endgültig. Und Westrum gerät dabei unmittelbar ins Hintertreffen. Das sieht sich bald dem Ansturm der Germanen ausgesetzt. Es ist die Zeit der Völkerwanderung. Die Hunnen dringen von Osten nach Nordeuropa ein, unter Attila oder Etzel, wie er im Sagenkreis heißt. Und dafür drängen die Germanen weiter nach Westen und Süden. Britannien fällt an die Angeln und Sachsen. Gallien fällt an die Franken. Die Franzosen sind keine Gallier, auch wenn sie das glauben. Und die Alemannen. Und die Westgurten plündern Rom. 410. Später kommen auch noch einmal die Vandalen vorbei. Zwar ist Rom damals nicht mehr Hauptstadt, das ist inzwischen Ravenna. Aber dennoch ist das Herz des Reichs damit getroffen. Und die Stadt wird auch nicht umfassend vernichtet. Die Bewohner werden sogar weitgehend geschont. Die Eroberer bleiben auch jeweils nicht lange in Italien. Die Goten gehen primär nach Spanien. Die Vandalen ziehen weiter nach Nordafrika. Aber es ist ein hochgradig traumatisches Ereignis für die Römer. Etwas später setzt der germanische Söldnerführer Odoaker den letzten weströmischen Kaiser ab. Das gilt manchmal als Ende der Spätantike im Westen. Dieser Odoaker versteht sich selbst noch als Römer germanischer Abstammung. Er unterstellt sich als italischer Herrscher dem oströmischen Kaiser, Zenon. Aber der schickt bald den ostgotischen König Theoderich, um Odoaker zu verdrängen. Dieser Theoderich taucht in den deutschen Sagen unter dem Pseudonym Dietrich von Bern auf. Und Bern ist nicht das Schweizer Bern, das ist Verona, wo er residiert hat. Das klappt auch. Theoderich besiegt und ermordet Odoaker 493 in der Rabenschlacht. Raben ist Ravenna. Und obwohl Theoderich wiederum als gotischer König offiziell dem oströmischen Kaiser loyal gegenüber bleibt, ist Westrum damit faktisch untergegangen. Italien ist jetzt in ostgotischer Hand. Im 6. Jahrhundert schafft es der oströmische Kaiser Justinian I. noch einmal große Gebiete Westrums von den Goten und Vandalen zurückzuerobern. Italien, Südspanien, Nordafrika. Nicht Gallien, nicht Nordspanien, nicht Britannien. Die Gebiete sind verloren. Damit ist Justinian I. noch einmal Kaiser fast über das gesamte klassische römische Gebiet. Aber er stirbt 565. Das gilt manchmal als Ende der Spätantike im Osten. Und nach Justinians Tod gehen die westlichen Gebiete schnell wieder verloren. Vor allem an die Langobarden, die sitzen jetzt in Italien, und an die Goten, die sitzen in Spanien. Und die unterstellen sich jetzt endgültig nicht mehr dem oströmischen Kaiser. Die bilden unabhängige Königreiche. Und im Westen ist damit die römische Antike beendet. Das gilt auch manchmal als definitiver Übergang von Spätantike zum Mittelalter im Westen. Ostrom hat ebenfalls zunehmende Probleme. Im 7. Jahrhundert müssen die noch einmal schwer gegen die Perser kämpfen. Da können die sich behaupten, das Persische Reich geht in der Nachfolge sogar unter. Aber Ostrom ist ebenfalls geschwächt. Und den nachfolgenden Angriffen durch die islamischen Araber kann es nicht mehr standhalten. Es verliert Syrien, Palästina, Ägypten, Nordafrika, die ja bis heute größtenteils arabisch sind. Auch Spanien geht damals an die Araber. Und es trennt sich auch von Westrom. In Ostrom wird wieder Griechisch amtssprache. Justinian sprach als letzter oströmischer Kaiser nach Lateinisch. Jetzt wird wieder Griechisch gesprochen. Auch die religiöse Orientierung ist anders. Da haben wir eben das orthodoxe, das heißt rechtgläubige Christentum mit einem Patriarch in Konstantinopel. Im Westen haben wir das katholische, das heißt allumfassende Christentum mit dem Papst in Rom. Im Westen gelten die Östromer jetzt auch wieder als Griechen. In heutiger Forschung ist es das Byzantinische Reich. Damit ist jedenfalls im Osten die römisch-lateinische Dominanz beendet. Und das gilt oftmals als definitiver Übergang von Spätantike zum Mittelalter im Osten. Byzanz besteht noch lange Zeit mit wechselndem Erfolg. Das Kernland ist begrenzt auf Balkan, Griechenland, Kleinasien. Auch davon gehen große Gebiete immer wieder verloren. Die Bulgaren und Serben drängen auf dem Balkan vor. Die arabisch-islamische Expansion betrifft Kleinasien. Byzanz wird teilweise stark zurückgedrängt bis an den Rand der Vernichtung. Man kann es wieder expandieren, erobert verlorene Gebiete auch wieder zurück. Und die Konflikte zwischen dem christlichen Byzanz und den arabischen Kräften lösen unter anderem die Kreuzzüge aus. Das heißt das Eingreifen westlicher Mächte in Kämpfe um Jerusalem. Erstmals 1096, letztmalig 1248. Und Byzanz hat ein sehr zwiespältiges Verhältnis zu diesen Kreuzfahrern. Denn die bringen keine uneigennützige Hilfe, sondern die errichten eigene kurzlebige Staaten, diese Kreuzfahrerstaaten, die es da plötzlich gab. Und ganz schlimm, beim vierten Kreuzzug, 1204, wird Konstantinopel durch die Kreuzfahrer erobert und geplündert. Die waren in einem Thronstreit, davon gab es in Byzanz viele, diese Thronstreitigkeiten, waren die von einer Partei herbeigerufen worden und dann nicht bezahlt worden. Schlechte Idee. Und dann haben sie Byzanz erobert und geplündert. Ein peinliches Ereignis für die Christenheit, die christliche Bastion Konstantinopel wird durch christliche Kreuzfahrer geplündert. Und das vertieft die Kluft zwischen griechisch-orthodoxen und römisch-katholischen Christen erheblich. Byzanz erholt sich auch nicht mehr gut davon. Konstantinopel selber und andere Städten werden zwar nach ein paar Jahrzehnten zurückerobert von den Kreuzfahrern, aber weder die Stadt noch das Reich erholen sich davon. Ostrom verkommt zunehmend zu einem kleinen Staat, der sich nicht mehr gegen die islamische Expansion wehren kann. Inzwischen wächst vor allen Dingen die Macht der Türken, namentlich die Osmanen. Das ist eine türkische Herrscherdynastie, die rücken an. In dieser Not ruft Byzanz den Westen nochmal um Hilfe an. Es bietet sogar die Kirchenunion an, was aber am Widerstand der eigenen Bevölkerung scheitert. Die sagen lieber den Sultans-Toroban als den Kardinalshut. Und das ist kein Zufall. Damals konnten sie, wenn sie einer christlichen Gruppierung angehörten, unter muslimischen Herrschern besser leben als unter der konkurrierten christlichen Herrschaft. Also auch die Protestanten konnten sich teilweise unter muslimischen Herrschern wohler fühlen als unter katholischen Herrschern. Also deshalb, die eigene Bevölkerung will das nicht und auch der Westen reagiert nicht von allein. Die unterschätzen offenbar die Gefahr durch die Osmanen. Und so wird Konstantinopel 1453 durch die Osmanen eingenommen. Der letzte byzantinische Kaiser stirbt bei diesen Kämpfen in den Straßen. Die inzwischen völlig verarmte und verfallene Stadt wird von den Türken wieder aufgebaut und zur Hauptstadt gemacht, aber jetzt eben als muslimisches Istanbul. Byzans ist damit untergegangen. Traumatisches Ereignis für die Christenheit. Das endgültige Ende der griechisch-römischen Welt. Und ein mögliches Datum jetzt schon für das Ende des Mittelalters. Türkische Eroberung gibt es in der Folge auch in Resteuropa. Griechenland auf dem Balkan. Und im 16. und 17. Jahrhundert standen die Türken ja auch sogar noch vor Wien. So, das als grober Abriss. Das Christentum ist zunächst mal eine kleine Sekte. Keine etablierte Religion. Außerdem hat es zunächst einmal keinen intellektuellen Hintergrund. Insbesondere ist es in dieser Hinsicht dann gegenüber den heidnischen Kulten erstmal wirklich im Hintertreffen. Das ist interessant. Heutzutage gelten uns ja diese heidnischen Götterhimmel als ein bisschen volkstümlich und unintellektuell. Aber damals waren sie Standard. Und entsprechend gehörten auch die gebildeten Denker ihnen an. Platon, Aristoteles, Cicero befürworten die heidnischen Religionen, die heidnische Frömmigkeit. Demgegenüber waren die frühen Christen zunächst mal eher einfache Leute. Und damit stand doch das Christentum zunächst einmal in keinem hohen geistigen Ansehen. Es galt als Religion von Ungebildeten. Entsprechend gab es anfangs auch keine christliche Philosophie. Die platonische Akademie war bis zu ihrer Schließung eine intellektuelle Hochburg gegen das Christentum. Und genau deshalb wurde sie ja geschlossen. 529 durch den christlichen Kaiser Justinian. Und erst im Laufe der Zeit wenden sich dann auch mal gebildetere Menschen vermehrt dem Christentum zu. Etwa Augustinus. Einer der frühen christlichen Denker. Und erst dann entfaltet es sein intellektuelles Potenzial. Erst dann gibt es wirklich christliche Philosophie. Die etabliert sich dann zunehmend im akademischen Bereich. Sehr deutlich dann bei Thomas. Zu seiner Zeit gibt es in Europa gar keine nichtchristliche akademische Bildung mehr. In der Spätantike entwickelt sich die christliche Philosophie vor allen Dingen in Anlehnung an den Neu-Platonismus. Die platonische Philosophie, insbesondere die Ideenlehre, ist ganz gut verträglich mit christlichen Auffassungen, einem ähnlichen Jenseitsbezug. Alles Irdische, alles Gegenständliche ist nur eine untergeordnete Erscheinungsweise von etwas Höherem, den Ideen. An höchster Stelle steht die Idee des Guten. Die ist der oberste Seinsgrund, der oberste Erkenntnisgrund, die oberste Moralquelle. Und diese Idee des Guten können Sie mit dem Gott des Christentums identifizieren. Der ist ja auch Schöpfer, Einsichtgeber und moralische Letztinstanz. Auch Augustinus greift den Neu-Platonismus auf. Und er trägt damit wesentlich zur intellektuellen Ausrichtung der christlichen Philosophie bei. Maßgeblich bleibt aber natürlich die Bibel, vor allen Dingen Paulus ist zentral. Im Mittelalter gipfelt die christliche Philosophie dann in der Scholastik. Da werden hochdifferenzierte philosophische Systeme ausgearbeitet mit christlich-theologischer Basis. Und es gibt keine Trennung mehr von Philosophie und Theologie. Gut tausend Jahre lang sind zentrale Denker gleichermaßen Theologen und Philosophen. Im Zweifelsfall gebührt dabei natürlich der Theologie immer der Vorrang. Der berühmte Spruch Philosophia an Killa Theologiae, das heißt die Philosophie ist Markt der Theologie, geht auf Petrus Damiani zurück, 1600 bis 1072. Thomas von Aquin gilt vielfach als Gipfel der Scholastik. Bei ihm allerdings haben wir auch wieder eine gewisse Selbstständigkeit philosophischen Denkens. Viele Erkenntnisse sind für ihn bereits den natürlichen Vernunft zugänglich. Der christliche Glaube bildet nur den Abschluss des Gebäudes und deshalb kann er auch wieder verstärkt an heidnische Philosophen anschließen, vor allen Dingen an Aristoteles. Aber wir befassen uns jetzt zunächst einmal mit ihm, mit Augustinus. Dieses Mosaik ist die älteste erhaltene Darstellung von ihm, ist aber bereits aus dem 6. Jahrhundert, das heißt nicht zu Lebzeiten, entstanden. Bestimmt nicht zuverlässig, nicht so wie die Büsten von Platon, Aristoteles und Cicero, die vielleicht sogar naturgetreu waren. Wahrscheinlich ist das auch dem Anspruch nach nur eine stilisierte Darstellung, nicht ein wirkliches Porträt. Andere Darstellungen von Augustinus weichen auch stark davon ab. Insbesondere Augustinus' Bilder aus dem Mittelalter sind völlige Fantasieprodukte. Da ähnelt sich gar nichts mehr. Geboren ist der 354 in Tagaste, Nordafrika, in der römischen Provinz Numidien, im heutigen Algerien. Wenn Sie also mal gefragt werden, kennen Sie eigentlich einen afrikanischen Philosophen, können Sie Augustinus sagen. Und das ist auch kein Witz, was die Abstammung betrifft, denn in der Tat, der ist halber Berber wohl gewesen. Seine Mutter Monika war Berberin und Christin. Sein Vater Patricius war römischer Abstammung, war Heide. Lässt sich aber kurz vor seinem Tod taufen. War ein kleiner Landeigentümer und Beamter. Er wird geboren jetzt in die Zeit der Toleranzphase gegenüber dem Christentum. Christentum ist jetzt gleichgestellt gegenüber den heidnischen Kulten. Aufgewachsen ist er in lateinischer Kultur natürlich. Die hat damals in Nordafrika dominiert. Auch Latein ist seine Muttersprache. Und als seine Begabung erkannt wird, ist er zunächst einmal für eine Rhetorenlaufbahn vorgesehen. Er studiert in Madaura, später auch in Kartago. Und dann wird er auch Lehrer für Grammatik und Rhetorik in Tagaste und in Kartago. Kartago ist zu dieser Zeit wieder eine wichtige Stadt. Nach Alexandra die wichtigste in Nordafrika. Er interessiert sich für Philosophie. Er liest und bewundert Cicero. Für ein angehender Rhetor auch ja ziemlich wichtig. Er liest auch schon mal die Bibel, ist aber zunächst wenig angetan. Auch die Christlichkeit seiner Mutter überzeugt ihn wenig, obwohl oder gerade weil sie eine sehr energische Christin ist und ständig den Vater und ihn zu missionieren versucht. Das gefällt ihm nicht. Er hat eher eine Tendenz zum Manichäismus. Das war eine nachchristliche Religionsbewegung, im dritten Jahrhundert begründet durch den Stifter Mani, der in Persien lebte. Und Mani verstand seine Lehre als Fortsetzung des Christentums. Auch er ist einen Märtyrer-Tod gestorben. Seine Anhänger behaupteten sogar den Kreuzestod. Und die zentrale Lehre ist vielleicht, gut und böse sind gleichrangige Gegenkräfte. Es gibt nicht den guten Gott, der auch das weltliche Geschehen dominiert. Das war natürlich für traditionelle Christen eine schlimme Herosie. Aber zu Augustinus-Zeiten war das sehr verbreitet. Gut und böse sind gleich starke Gegenkräfte. Nach eigener Darstellung hat Augustinus damals einen eher lockeren Lebenswandel gepflegt. Er war sehr offen für Gelust. Er wollte berühmt werden, hat sehr freizügig gelebt, hat eine wilde Ehe geführt über 15 Jahre. Daraus auch einen unehelichen Sohn. Und jetzt geht er erstmal nach Italien. Er bekommt einen Lehrstuhl für Rhetorik in Rom und ein Jahr später in Mailand. Das ist damals Hauptstadt. Und er ist kaiserlicher Redner am Hof. Jetzt ist das Christentum gerade auch Staatsreligion geworden. Das war 380. Seine Mutter reist ihm nach und arrangiert eine Heirat mit einer jungen Christin. Er scheint dem auch einigermaßen nachzugeben. Er verlässt seine langjährige Lebensgefährtin. Der Sohn bleibt bei ihm. Er lebt aber auch wieder mit einer anderen Frau zusammen, weil seine Braut noch nicht heiratsfähig ist. Das erlaubt er sich schon. Er nähert sich aber jetzt allmählich dem Christentum an. In Mailand ist er sehr beeindruckt von dem christlichen Bischof Ambrosius. Und durch den hat er wohl erstmals das Christentum positiv erlebt, anders als durch seine Mutter. Eben nicht als Religion der Ungebildeten, nicht als bloße Mythenanhäufung, sondern in der Verbindung mit niveauvoller Philosophie, vor allen Dingen mit dem Neuplatonismus. Wichtige Neuplatonisten sind Autoren wie Plotin oder Porphyrius, die haben im dritten und frühen vierten Jahrhundert gelebt, die waren beides noch keine Christen. Die waren sogar erklärte Gegner des Christentums, weshalb ihre Schriften auch später von christlichen Kaisern natürlich verbrannt werden mussten. Vielen Dank dafür. Aber auch für sie steht diese jenseitige Sphäre der Ideen über allem irdischen Sein. Und wie gesagt, das ist ein fruchtbarer Anknüpfungspunkt für christliches Denken. Da steht eben das Reich Gottes über allem irdischen Sein. Das verträgt sich auch nicht mehr gut mit Manichäismus. Diese oberste Idee des Guten oder eben jetzt Gott in seiner Güte steht eben über allem Sein. Er erzeugt alles Sein. Also haben wir nicht gleichberechtigte Kräfte des Guten und des Bösen, sondern das Bösen ist jetzt dem Guten immer untergeordnet. Es ist nur ein Mangel an Gutem sogar. Das ist für Augustinus künftig bezeichnend. Mallum ist für ihn nur Privatio Boni. Böses ist nur Mangel des Guten. Es ist nur eine Abwesenheit. 386 erlebt er eine tiefe Krise. Er verfällt in Selbstanklage und Sinnlosigkeitsgefühle und angeblich hat er ein mystisches Bekehrungserlebnis. Er erleidet in Mailand in einem Garten unter einem Feigenbaum einen Nervenzusammenbruch und hört dann eine Kinderstimme rufen, nimm und lies. Und er deutet das als Aufforderung, die Bibel aufzuschlagen. Das macht er auch. Und er schlägt ein Paulus-Zitat auf, das zur Enthaltsamkeit mahnt. Und er fühlt sich sofort persönlich angesprochen und entscheidet sich endgültig fürs Christentum. So erzählt er das selber. Es ist fragwürdig, ob es wirklich so abrupt war. Vielleicht war es doch eher eine langwierige Entscheidung. Und vielleicht hat er das nachträglich verkehrt nach dem Muster entsprechender Vorlagen, etwa der Paulusbekehrung. Jedenfalls um diese Zeit ist er jetzt bekehrt zum Christentum. Er übt Weltabkehr, Enthaltsamkeit. Er gibt den Beruf des Rhetorikers auf. Er sagt die arrangierte Ehe ab. Er bricht sein Verhältnis ab. Er entscheidet sich für ein gottgeweihtes Leben. Ein Jahr später lässt er sich auch taufen durch Ambrosius, zusammen mit seinem Sohn. Und ein Jahr später dann gehen die zurück auf den Familiensitz in Tagaste. Die Mutter ist leider gestorben, noch auf der Rückreise. Und der Sohn stirbt leider kurz darauf in Afrika, 389. Er führt jetzt zunächst ein kontemplatives Leben mit rein religiöser Ausrichtung. Er schreibt viel, vor allen Dingen Streitschriften gegen konkurrierende christliche Strömungen. 391 bekommt er die Priesterweihe in Hipporegius. Das liegt auch in Numidien, auch im heutigen Algerien. Kurz darauf gründet er dort ein Kloster, das erste Kloster in Afrika. Und das ist der Ursprung des Augustiner-Ordens. Fünf Jahre später wird der Bischof dort in Hipporegius. Das ist jetzt ein Jahr nach der Reichsaufteilung in West- und Ostrom. Und jetzt, wo er Bischof ist, ist es vorbei mit dem beschaulichen Leben. Jetzt hat er ein forderndes Kirchenamt inne. Trotzdem ist er sehr produktiv. Er schreibt wieder viele Streitschriften, vor allem gegen andere christliche Bewegungen, sogenannte Heretiker. Er arbeitet stattdessen Lehren aus, die für die katholische Kirche bis heute vielfach Standard sind. Prädestinationslehre, Erbsündenlehre, deshalb haben wir ja Kindstaufe, die er selbst noch gar nicht erhalten hatte. Gnadenlehre, Höllenlehre. Auch in seiner politischen Philosophie erwähnt er ewige Höllenstrafen. Er rechtfertigt auch die aktive Verfolgung von Gegnern. Er ist involviert in Pogrome, Verbannungen, Enteignungen, frühformende Inquisition, würden manche sagen. Und natürlich ist er jetzt auch gegen typisch römische Auffassungen, namentlich gegen Cicero. Nur himmlische Güter und letztlich allein Gott selbst, beziehungsweise die Verbindung mit ihm, sind Selbstzweck. Sie allein soll man genießen. Frui ist das Wort, das hier auftaucht. Irdische Güter, insbesondere politische Erfolge, sind bloß Mittel. Die darf man nur gebrauchen. Uti. Er verfasst seine wohl berühmteste Schrift, die Bekenntnisse, die Konfessionis. Da berichtet er kritisch über seinen eigenen früheren lockeren Lebenswandel und seine christliche Bekehrung. Darin gibt es aber auch interessante und berühmte Passagen zur Zeitphilosophie. Und er beginnt sein theologisches Hauptwerk, die Trinitate, also über die Dreieinigkeitslehre, die damals im Christentum ungemein wichtig war, wie man das bitte schön deutet, ohne dass man einen Polytheismus am Hals hat. Jetzt erlebt er aber natürlich auch aus der Ferne mit, dass 410 Rom durch die Westgurten fällt. Und unter diesem Eindruck schreibt er die Civitate Dei, sein politisches Hauptwerk, das uns gleich noch beschäftigen wird. Er selber stirbt, 430, in Hipporegius, was damals durch die Vandalen belagert wird. Die Vandalen erobern dann nach seinem Tod auch die Stadt und errichten ein Königreich in Nordafrika, bis sie von Justinian vertrieben werden. Aber er stirbt während einer schlimmen Belagerungskrise. Uns interessiert jetzt seine politische Hauptschrift, die Civitate Dei. Und die hat er ja über, naja, fast 15 Jahre hinweg geschrieben. Ist auch ein sehr dickes Buch, besteht aus 22 Büchern, hat 1300 Seiten. Trotzdem hat er da sehr lange für gebraucht und das lag daran, dass er sehr stark beansprucht war durch sein Bischofsamt und weil das mit anderen literarischen Projekten sich teilweise überlappt hat. Außerdem hat er es kurz vor seinem Tod fertig bekommen. Zumindest die späteren Teile sind also auch durchaus Alterswerk von ihm. Und der Anlass für diese Schrift ist, wie erwähnt, die Eroberung und Plünderung Roms 410 durch die Westgurten. Und die Folge war eine tiefe Krise des jetzt christlichen Roms. Es gab heidnische Vorwürfe, diese Niederlage ist eine direkte Folge der Zuwendung Roms zum Christentum. Das kommt davon, schon sind die Barbaren über uns. Und indem er das Christentum dagegen verteidigen will, gehört diese Schrift zunächst einmal zu der sogenannten christlichen Apologetik. Ziel ist die Zurückweisung heidnischer Vorwürfe und die Rechtfertigung der christlichen Religion. Das ist Apologetik. Und das geschieht durchaus nicht nur in politischer Hinsicht, sondern auch in allgemein theologischer Hinsicht. Und es geschieht auch nicht nur defensiv rechtfertigend, sondern auch sehr aggressiv herausfordernd. Das ist ein rhetorisches Feuerwerk. Man merkt, dass er Rhetoriker war von der Ausbildung her. Das ist eine flammende Gerichtsrede. Es gibt heftige Vorwürfe an die Gegenseite. Es gibt glühende Plädoyers fürs Christentum. Und er legt damit wesentliche theologische Grundlagen für das katholisch-christliche Selbstverständnis. Die Argumente sind teilweise bis heute vertraut. Die sind teilweise christliches Allgemeingut. Er hat damit den Status eben eines Kirchenvaters inne. Er ist sehr prägend für das christliche Selbstverständnis. Wenn man jetzt aber so eine apologetische Schrift liest, dann sind solche Texte naturgemäß nicht in allen Teilen gleichermaßen überzeugend. Und so ist es hier auch. Augustinus schießt aus allen Rohren. Der bringt jedes Argument. Auch schwächere Argumente. Es gibt auch sehr brüchige Positionen. Auch unfaire Darstellungen. Auch polemische Ausfälle. Das ist aus damaliger Sicht verständlich. Der will genauso austeilen wie seine Gegner. Das ist auch nicht ohne Witz. Der legt hilflose Unsinnigkeiten des heidnischen Aberglaubens mit beißendem Spott los. Das ist schon unterhaltend. Es ist aus heutiger Sicht aber auch manchmal ein bisschen unangenehm. Insbesondere, weil diese Positionen dann teilweise kanonisch für die Kirche geworden sind und die dominierende Auffassung geworden sind und dabei nicht selten ebenso große Fragwürdigkeiten wie die heidnischen Gegenthesen aufweisen. Manchmal ist auch wirklich hart an der Borniertheit oder Heuchelei, was er hier betreibt. Also zum Beispiel natürlich gibt es ein unbedingtes Tötungsverbot. Selbstmord ist eine große, große Sünde. Aber Kriege und Hinrichtungen sind natürlich legitim. Insofern die von Gott geboten sind. Politische Beispiele für diese Brüchigkeiten. Er schreibt, manchmal belohnt und bestraft Gott die Guten beziehungsweise Bösen schon auf Erden. Das macht er, sonst würde man ja nicht an Gottes Gerechtigkeit und Hilfsbereitschaft glauben. Manchmal aber erfolgen Belohnung und Bestrafung auch erst im Himmel. Denn sonst würde man ihm nur wegen der irdischen Vorteile folgen und es bliebe nichts für das jüngste Gericht übrig zu tun. So, das ist natürlich eine relativ bequeme Position. Denn auf diese Weise können sie bei Bedarf irdisches Schicksal als Beleg für göttliches Wohlgefallen oder göttliches Missfallen heranziehen und ebenso schnell können sie Gegenbelege vom Tisch wischen, indem sie sagen, das ist irrelevant. Ich hatte mal nicht in das Irdische eingegriffen. Die Eroberung Roms, das ist ja das krisenhafte Ereignis, das muss natürlich göttlicher Wille gewesen sein, nämlich eine Strafe für die Heiden, für ihre Gottlosigkeit, ihren Sittenverfall und sie war eine Prüfung für die Christen, damit sie lernen, nicht so viel auf irdischen Besitz zu geben, nicht so viel auf das irdische Leben zu geben. Das kann man genauso gut umgekehrt sehen. Vielleicht wollten die Heidengötter ja die Christen strafen und die Heiden prüfen. Ein Argument, was er bringt, sogar die barbarischen Goten haben erstaunlicherweise die christlichen Kirchen nicht geplündert und Unterschlupfsuchende in diesen Kirchen haben sie nicht verfolgt. Hingegen heidnische Tempel wurden in den früheren Kriegen nicht einmal durch die kultivierten Griechen und Römer verschont. Das beweist, sagt Augustinus, dass der Christen Gott schützen kann, während die Heidengötter eher selbst schutzbedürftig waren, da musste man die Statuen sogar retten. Schönes Argument, der Grund war wohl eher einfacher, die Westgoten oder zumindest ihr König Alarich waren Christen. Die waren nämlich schon Arianer. Arianer sind gegen drei Einigkeitslehrer, aber es waren Christen, wahrscheinlich haben sie deshalb die christlichen Kirchen geschont. Und der Effekt, wenn Sie diese Schrift lesen, ist in dieser Vielzahl von apologetischen Argumenten, finden Sie kaum einen roten Faden. Allmählich aber stellt sich eine bestimmte Linie heraus, die große Wirkung hatte, die typisch für das christliche Verständnis von Religion und Politik ist und das auch festschreibt. Die Grundbotschaft ist, es geht Augustinus nicht so sehr darum, dass man auch mit christlichen Kaisern erfolgreich sein kann, ein gerechtes Staatswesen haben kann. Er will vielmehr primär zeigen, Fragen des Erfolgs und der Gerechtigkeit auf Erden sind grundsätzlich nachrangig. Worauf es allein ankommt, ist das transzendente Heil. Die irdischen Verhältnisse haben demgegenüber keinen Eigenwert. Die sind allenfalls Mittel zum Zweck und werden von Gott gemäß seinem höheren Heilsplan verfügt, in den der Mensch aber keine vollständige Einsicht hat. Manchmal gibt Gott den Guten die irdische Herrschaft, manchmal den Bösen. Das ist manchmal nachvollziehbar, manchmal unerfindlich. Aber es dient immer dem Ziel, allein den Guten den Weg ins himmlische Reich zu eröffnen. Deshalb geht es primär nicht darum, ob Rom unter den christlichen Kaisern erfolgreicher oder gerechter gewesen ist als unter den heidnischen Kaisern. Es geht vorrangig darum, unter den immer gottgegebenen Verhältnissen dem göttlichen Willen zu folgen. Die irdischen Verhältnisse sind notwendig unvollkommen, auch unter christlichen Herrschern. Sie sind aber auch völlig nachrangig gegenüber dem eigentlichen Heilsgeschehen. Und das versucht er jetzt ausführlich mit historischen Darstellungen und theologischen Erörterungen zu unterfüttern. Und die Schrift hat einen sehr konsequenten Aufbau. Sie hat zwei Teile, insgesamt 22 Bücher und die Gliederung ist sehr symmetrisch. Teil 1, da haben wir Angriffe gegen das Heidentum und Verteidigung des Christentums. Das ist der direkt apologetische Teil. Da gibt es die wesentlichen theologischen Grundpositionen, da werden Vorwürfe abgewehrt und Gegenvorwürfe vorgebracht. Die ersten fünf Bücher davon behandeln die irdische Wohlfahrt, insbesondere politische Erfolge. Und da schreibt er, Rom erlebte bereits in der Vergangenheit, das heißt noch vor dieser Niederlage gegen die Goten und noch vor dem Auftreten Christi schlimme Zeiten. Insbesondere haben wir manchmal einen eklatanten Sittenverfall gehabt. Das beklagen doch Zitzere und Salust. Und es gab herbe Rückschläge. Die Etrusker, die Gallier, Pyrrhus, Hannibal, die Pest, den Hunger, Überschwemmungen, Brandkatastrophen, Aufstände, Bundesgenossenkriege, Sklavenkriege, Bürgerkriege hatten wir doch alles schon vorher. Und die heidnischen Götter haben gegen all das nichts gemacht. Erst das Christentum hat die guten Sitten befördert und auch allein der Christengott hat Rom schon damals zu seiner großen Macht verholfen. Und zwar hat er das gemacht, weil die Römer als maßgebliche Eigenschaften Ruhmsucht und Freiheitsliebe aufweisen. Und hierdurch haben sie eine gewisse Tüchtigkeit entwickelt, haben andere Laster, wie die Geldge unterdrückt und eine bemerkenswerte Opferbereitschaft für ihr irdisches Vaterland ausgebildet. Und das, sagt Augustinus, ist eine sehr gute Grundlage, ein guter Ansporn für die Christen, jetzt auch noch die letzten Laster zu überwinden, insbesondere die verbliebene Ruhmsucht und eine ähnliche Opferbereitschaft zu zeigen, jetzt für das himmlische Reich. Und um diesen Vorbildeffekt möglichst weitläufig und dauerhaft zu erreichen, hat Gott das römische Reich so groß und stabil werden lassen. Und klar, auch jetzt die Niederlage gegen die Goten ist Teil von Gottes Vorsehung und Allmacht. Die Begründung wurde bereits genannt, das ist eine Strafe für die Heiden und eine Prüfung für die Christen. Bei alledem aber durften wir uns immer noch Gottes Schutzes erfreuen. Das Ereignis war viel weniger blutig als frühere Episoden in der römischen Geschichte, vor allem durch diese erwähnte Zuflucht in den christlichen Kirchen, die funktioniert hat. Und somit, ja natürlich, der Christengott greift in das irdische Geschehen ein. Seine Allmacht und Vorsehung umfasst alles, auch die politischen Ereignisse. Er hat Rom einst zur Weltmacht gemacht und er hat Rom jetzt eine Niederlage erleiden lassen. Aber auf diese unmittelbar irdischen Ereignisse kommt es gar nicht an. Die sind nur Mittel zum Zweck, das allein wichtige Heilsgeschehen herbeizuführen. Alle Verteilung von Glück und Unglück, alle politischen Erfolge und Niederlagen sind an sich selbst unerheblich. Sie dienen nur dazu, die Menschen für das jenseitige Heilsgeschehen bereitzumachen. Und die folgenden fünf Bücher befassen sich entsprechend jetzt mit dem himmlischen Heilen und das heißt eben mit dem ewigen Leben. Das können die Heidengötter natürlich schon mal gar nicht verleihen. Die sind nach Augustinus entweder bloße Götzen, das heißt die gibt es gar nicht, oder es sind böse Dämonen, die der wahre Gott im Rahmen seiner Vorsehung ihr begrenztes Unheil treiben lässt. Das himmlische Heil verleihen kann nur dieser wahre Gott selbst, genau wie er allein die irdische Wohlfahrt lenkt und zwar einzig zum Zwecke dieses himmlischen Heils. Das ist der Gedanke. Und diese Unterscheidung zwischen irdischer Wohlfahrt und himmlischem Heil führt jetzt zu zwei prägnanten Gegenbegriffen. Zum einen gibt es jetzt nämlich die Civitas Terena, das heißt den weltlichen Staat mit seiner Abhängigkeit vom politischen Erfolg. Und zum anderen gibt es die Civitas Dei, das heißt die geistige Gemeinschaft mit ihrer Ausrichtung auf das jenseitige Leben. Augustinus merkt generell zu pointierten Gegenüberstellungen, zu kompromisslosen Dualitäten. Das ist der Rhetoriker in ihm. Und das hier ist die zentrale Kontrastierung seines politischen Denkens. Die werden wir gleich vertiefen. Das ist der Ursprung der philosophisch-theologischen Zweireichelehre. Im Teil zwei des Buchs schildert er nun die Geschichte dieser beiden Bürgerschaften, der Civitas Dei und der Civitas Terena. Und das ist jetzt der eigentlich konstruktiv-politische Teil. Die ersten vier Bücher hiervon handeln vom Ursprung beider Bürgerschaften in der Engelwelt. Gott erschafft mit der Welt auch die Engel. Einige davon wenden sich aus Hochmut von ihm ab, allen voran der Teufel, und werden böse Geister. Dämonen, die nicht mehr in der Liebe zu Gott leben, sondern selbst nach Größe und Anbetung streben. Gott trennt jetzt die Guten von den bösen Engeln. Die Guten dürfen weiter im Himmel leben. Die dienen Gottes Willen. Die bösen Dämonen werden auf die Erde verbannt und die treiben eben im Rahmen von Gottes Allmacht und Vorsehung ihr Unwesen. Und grundsätzlich wiederholt sich das mit der Schaffung des Menschen und seinem Abfall von Gott. Auch der Mensch sündigt ja hochmütig und wird dafür auf die Erde verbannt, wo er einerseits der Sterblichkeit ausgeliefert ist und sich andererseits durch Fortpflanzung ausbreitet, wo die Guten Gott dienen und die Bösen von Gottes Allmacht und Vorsehung benutzt werden. Die Engel leben aber grundsätzlich in Gemeinschaft mit den Menschen, sagt Augustinus. Und somit sind die beiden Engelscharen der Ursprung der beiden Menschenstädte. Also ungeachtet aller Vielzahl verschiedener realer Völker gibt es somit nur zwei Arten menschlicher Gemeinschaft. Einmal die Gemeinschaft der Menschen mit den guten Engeln, die Civitas Dei. Einmal die Gemeinschaft der Menschen mit den bösen Dämonen, die Civitas Terena. Die nächsten vier Bücher handeln von der Entwicklung beider Bürgerschaften auf der Erdenwelt. Biblische und historische Ereignisse und Personen werden jetzt beiden Staaten zugeordnet. Kein gehört der Civitas Terena an, Abel der Civitas Dei. Ähnlich diskutiert er den Einbruch der Sintflut, den Turmbau zu Babel, die Vernichtung von Sodom, die biblischen Ereignisse um Noah, Abraham, Isaac, Moses, David, Salomon. Ebenso die wesentlichen Eckdaten der Geschichte Ägyptens, Griechenlands und Roms. Schließlich natürlich das Auftreten Christi, die Verfolgungen der Christen und das Auftreten von Irrlehren. Und es ist immer das gleiche Schema. Profane oder auch gottlose Ereignisse und Personen stellen den Fortgang der Civitas Terena dar. Fromme Figuren oder auch religiöse Verirrungen die Entwicklung der Civitas Dei. Allerdings sind beide Gemeinschaften während dieser Erdengeschichte grundsätzlich nicht trennbar. In dieser Phase sind sie ineinander geschoben, miteinander verwirrt, vermengt. Viele Ereignisse haben also beide Dimensionen. Viele Personen bewegen sich in beiden Gefilden. Diese Geschichte erzählt er nur in recht groben Zügen. Insbesondere konkrete historische Ereignisse aus seiner eigenen Zeit gehen kaum darin ein. Er teilt die Geschichte in sechs große Epochen, analog zu den sechs Tagen der Schöpfungsgeschichte, und fünf dieser Epochen sind schon vorbei. Die jetzige Zeit ist für ihn die letzte, die sechste Epoche. Die reicht von Christus bis zum Weltende. Das zeigt ihm die starke Endzeiterwartung auch bei Augustinus. Auch für ihn ist die Gegenwart nur noch eine Endphase, die vom Reich Gottes beendet werden wird, wie üblich für die Christen der damaligen Zeit. Er lässt sich allerdings auf keine Prognose ein, wann das kommt. Er ist kein Freund von Endzeitberechnungen. Das unterlässt er ausdrücklich. Aber es wird kommen, und die letzten vier Bücher, also dreimal vier Bücher jetzt in diesem zweiten Teil, ganz symmetrisch, handeln vom Ende beider Bürgerschaften im jüngsten Gericht. Beide Städte werden zum Weltende wieder endgültig getrennt und erhalten ihr verdientes Schicksal zugeteilt. Die Civitas Terena, beziehungsweise die Menschen, die hier angehören, werden mitsamt den Dämonen verstoßen und dem ewigen Höllenfeuer überantwortet. Die Civitas Dei, beziehungsweise die Menschen, die auch ihr angehören, wird zu den Engeln erhoben und erbt die ewige Seligkeit. Das geschieht im jüngsten Gericht, also wenn das Reich Gottes kommt, das alle irdische Geschichte beendet. Und damit haben wir hier diese typische lineare Geschichtssicht des christlichen Denkens. Am klaren Ursprung, begrenzte Erdengeschichte, definitives Ende. Wir haben eine lineare Eschatologie, ganz anders als das zyklische Geschichtsdenken der Griechen oder das statische Geschichtsbild der Römer. Und es ist sehr wirkmächtig, nicht nur innerhalb des religiösen Denkens. Augustinus ist eine der wesentlichen Quellen für ein lineares Geschichtsdenken, das später im aufklärerischen Fortschrittsdenken wieder auflebt, insbesondere im deutschen Idealismus. Das werden wir bekommen. Dieses Modell kann übrigens wenig Rückhalt im Neu-Platonismus finden. Dort sind die Ideen und die Gegenstände nicht erst getrennt und dann gemischt und werden dann wieder getrennt. Das gibt es da nicht. Das Verhältnis ist da ganz ahistorisch. Das ist eine rein epistemologisch-ontologische Konstellation zwischen Ideen und Gegenständen. Es erinnert erstaunlicherweise eher an den Manichismus, dem Augustinus ja einmal nahe stand und den er später bekämpft hat. Auch im Manichismus sind Licht und Finsternis erst getrennt, werden dann vermengt und dann wieder getrennt. Jetzt schauen wir uns nochmal diese beiden Städte genauer an. Diese Civitas Terena, die hat den Ursprung in den Dämonen, entsprechend ist die notwendig schlecht, ungerecht. Er nennt sich auch einfach Civitas Diaboli, also Gemeinschaft mit dem Teufel. Und es wird teilweise mit Babylon identifiziert. Hier herrscht das Prinzip der Selbstliebe bis hin zur Gottesverachtung. Sie strebt nach irdischen Gütern. Höchstes Ziel ist der irdische Frieden, das heißt entweder der Sieg über den Gegner oder zumindest die friedliche Koexistenz mit den Nachbarn. Sie ist auf Brudermord errichtet. Kein tötet Abel und kein gilt biblisch als erster Stadtgründer. Und auch Romulus, der Stadtgründer von Rom, ist ja Brudermörder an Remus. Für Augustinus ist das kein Zufall. Das zeigt die Verfallenheit der Civitas Terena. Generell hat er keine hohe Ansicht von irdischen Staaten. Die unterscheiden sich in ihrer mangelnden Gerechtigkeit nicht wesentlich von Räuberbanden. Da gibt es ein sehr bekanntes Zitat, was ich Ihnen mal vorlese. Was anders sind also Reiche, wenn ihnen Gerechtigkeit fehlt, als große Räuberbanden? Sind doch auch Räuberbanden nichts anderes als kleine Reiche. Auch da ist eine Schar von Menschen, die unter Befehl eines Anführers steht, sich durch Verabredung zu einer Gemeinschaft zusammenschließt und nach fester Übereinkunft die Beute teilt. Treffend und wahrheitsgemäß war darum die Antwort, die einst ein aufgegriffener Seeräuber Alexander dem Großen gab. Denn als der König den Mann fragte, was ihm einfalle, dass er das Meer unsicher mache, erwiderte er mit freimütigem Trotz, und was fällt dir ein, dass du das Erdreich unsicher machst? Freilich, weil ich es mit einem kleinen Fahrzeug tue, heiße ich Räuber. Du tust mit einer großen Flotte und heißt Imperator. Hier merken sie wieder den Rätor. Die Passage ist bekannt und es ist eine sehr wichtige Passage, weil man sich auch darüber streiten kann, wie sollen wir sie deuten. Sagt er, der Staat ist nur dann nicht besser als ein Seeräuberschiff, wenn er ungerecht ist? Das heißt, wenn er zum Beispiel Expansion betreibt, Kriege führt und so weiter. Oder ist der Staat generell nicht besser als ein Seeräuberschiff, weil er ungerecht ist? Also weil er solche Dinge immer und unvermeidlich tut? Der Übersetzer hat sich hier für das Wenn entschieden, also für Ersteres. Die Grammatik im Original ist aber mehrdeutig. Da steht Remota Justitia. Das ist ein Applativus Absolutus, am ehesten zu übersetzen als bei fehlender Gerechtigkeit oder auch angesichts fehlender Gerechtigkeit. Und da bleibt ein bisschen offen, ob das heißt, wenn oder weil. Also er will ja nur sagen, wenn Staaten ungerecht sind, sind sie Seeräuberschiffe oder weil Staaten ungerecht sind, sind sie Seeräuberschiffe. Und der Rest des Textes zeigt, er meint eher Letzteres. Er meint weil. Er meint, Gerechtigkeit ist dem Wesen des Staates prinzipiell entgegen. Der irdische Staat ist niemals gerecht. Deshalb ist er niemals besser als ein Seeräuberschiff. Schon gar nicht natürlich der heidnische Staat der alten Römer, aber auch nicht der christliche Staat in seiner ebenfalls irdischen Verfasstheit. Da haben wir einen extremen politischen Staatsskeptizismus, eine extreme christliche Weltabkehr. Die Civitas Terena kann natürlich zuweilen besser oder schlechter geführt werden. Aber grundsätzlich ist sie immer ungerecht. Nicht besser als Räuberbanden. Im Prinzip. Diese Ungerechtigkeit ist wie üblich nicht das Wirken einer bösen Macht. Das geht jetzt in der Tat gegen die Manichäer. Das ist in der Tat gemäß Neuplatonismus. Das Böse ist eben auch hier nur Abwesenheit des Guten. Die Civitas Terena mag daher die Stadt des Teufels oder der Dämonen sein, aber auch deren Böses ist eben nur Verlust des Guten. Mehr nicht. Genauer meint Augustinus indessen sogar, der irdische Staat ist grundsätzlich der Dimension der Gerechtigkeit entzogen. Er ist schlecht. Nicht als aktiv Böses, das gibt's gar nicht. Aber noch nicht einmal als potenziell Gutes. Er ist völlig außerhalb des Bereichs der Moralität angesiedelt. Er ist eine irdische Erscheinung und damit steht er außerhalb aller wahren Moralität. Er kann machen, was er will. Die Civitas Terena ist nämlich für Augustinus eine bloße Interessengemeinschaft. Nicht nur das heidnische Rom, auch das christliche Rom. Das ist nur ein Vertrag zum wechselseitigen Vorteil. Und für Augustinus ist solch eine Gründung auf Eigennutzen notwendig schlecht. Wahre Gerechtigkeit kann nicht im Ausgleich eigennützige Interessen liegen. Gerechtigkeit kann nur in der Hinordnung auf Gott liegen. Und die fehlt der Civitas Terena definitionsgemäß. Hier grenzt er sich deutlich von Cicero ab. Cicero definiert an einer Stelle den Staat als Verbindung von Nützlichkeit und Gerechtigkeit. Erst dann hat man nach Cicero einen Staat, wenn er beides hat. Nützlichkeit und Gerechtigkeit. Augustinus sagt, dann wäre Rom ja niemals ein Staat gewesen. Natürlich hatte das antike Rom gar keine Gerechtigkeit. Das war ja heidnisch. Und auch das christliche Rom hat keine. Bei Augustinus entfällt die Gerechtigkeit komplett. Er definiert den Staat nur über die Nützlichkeit. Ein Staat ist jede Vereinigung vernünftiger Geschöpfe zur Erreichung gemeinsamer Ziele irdischer Art. Und dieses Erstreben irdischer Güter hat für einen christlichen Denker nichts mit wahrer Gerechtigkeit zu tun, sondern mit bösem Eigennutzen. Damit ist der Staat notwendig böse. Und zwar nicht nur als heidnischer Staat, auch als christlicher Staat. Dieses Böse ist, wie gesagt, keine Aktivität. Es ist nur ein Mangel. Aber eben dieser Mangel ist für den irdischen Staat in seiner irdischen Verfasstheit unvermeidlich. Auch hierzu ein Zitat. Der irdische Staat, also der nicht ewig ist, hat hier sein Gut und freut sich des Genusses, wie man sich an solchen Dingen freuen kann. Dieser Staat ist häufig in Zwiespalt mit sich selber, er streitet, führt Krieg, kämpft und trachtet nach todbringenden und sicherlich todverfallenen Siegen. Er will Besieger von Völkern sein und ist doch Sklave von Lastern. Doch darf man nicht sagen, das, wonach dieser Staat verlangt, sei überhaupt nichts Gutes. Denn er verlangt in seinem niederen Bereich nach irdischem Frieden. Zu ihm möchte er durch Kriegführung gelangen. Denn hat er gesiegt und regt sich kein Widerstand mehr, wird Friede sein. Diesen Frieden erstreben die mühseligen Kriege. Ihn erlangt der vermeintlich ruhmreiche Sieg. Wenn aber die siegen, die das größere Recht auf ihrer Seite hatten, wird jeder solchen Sieg begrüßen. Auch das sind Güter und ohne Frage Gaben Gottes. Wenn aber diese Güter derart begehrt werden, dass man sie entweder für die Einzigen hält oder sie doch mehr liebt, als die nach unserer Überzeugung besseren, dann muss unweigerlich Elend folgen und das schon vorhandene noch gemäht werden. Also die Botschaft ist, der Staat mag nach irdischen Gütern streben, insbesondere nach Frieden. Und das sind in der Tat echte Güter, nicht wahnhafte Güter. Er mag hierzu irdische Politik betreiben, etwa Krieg. Und das kann in der Tat die richtige Politik sein, nicht verfehlte. Aber in alledem bleibt er notwendig ungerecht, weil er gar nicht in die geistige Dimension vorstößt. Und das ist auch nicht von ihm zu erwarten, als irdischer Staat. Schlimm ist allein, wenn man diese Güter überschätzt. Schlimm ist, wenn man sie nicht nur gebraucht, uti, als Mittel für die höheren Güter, sondern wenn man sie genießt, frui, als Zwecke an sich selbst. Also was wir hier vor uns haben, ist nicht so sehr eine moralistische Verurteilung des irdischen Staates als ungerecht. Das ist eher eine pragmatistische Reduktion des irdischen Staates als eben nicht gerecht. Der hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Der muss irdischen Zielen dienen, der muss irdische Güter suchen. Deshalb sind an ihm gelegentlich gewisse Verbesserungen möglich, aber viele Dinge in ihm sind ebenso unvermeidlich wie ungerecht. Eben irdisch elend. Zum Beispiel Folter vor Gericht. Kann man nach Augustinus gar nicht vermeiden. Krieg gegen Aggressoren muss man führen. Die Civitas Dei gegenüber hat ihren Ursprung bei den Engeln. Daher ist sie auf die wahre Gerechtigkeit hingeordnet, denn sie unterstellt sich dem göttlichen Willen. Er nennt sie auch Civitas Celestis, also himmlische Stadt. Und er identifiziert sie teilweise mit Jerusalem. In ihr gilt das Prinzip der Gottesliebe bis hin zur Selbstverachtung. Sie strebt nach himmlischen Gütern. Höchstes Ziel ist der himmlische Frieden, das heißt das ewige Leben in völliger Seelenruhe. Diese Kontrastierungen sind ganz, ganz typisch. So was macht er einfach gerne. Selbstliebe versus Gottesliebe, Gottesverachtung, Selbstverachtung, irdische Güter, irdischer Frieden, himmlische Güter, himmlischer Frieden. Und die ist kein anderer, kein verbesserter irdischer Staat. Das geht nicht. Denn jeder irdische Staat, jede Herrschaft zwischen Menschen ist per Definition im Civitas Terena. Es geht bei der Civitas Dei überhaupt nicht um Herrschaft zwischen Menschen, sondern allein um Gehorsam gegenüber Gott. Es ist eine rein geistige Gemeinschaft ohne politische Ambitionen. Ihren Ursprung und ihrer Bestimmung nach ist sie im Himmel beheimatet. Auf Erden bildet sie nur eine Pilgerschaft von Fremdlingen auf dieser Welt, die ihr Leben dem Jenseits weinen. Das impliziert keine disjunkte Zuordnung. Man gehört nicht entweder der Civitas Terena oder der Civitas Dei an. Jedenfalls nicht während der Erdengeschichte. Dort sind beide untrennbar miteinander verflochten. Der einzelne Mensch ist unvermeidlich immer auch weltlicher Bürger im irdischen Staat. Aber vielleicht ist der zusätzlich spirituelles Mitglied in dieser geistigen Gemeinschaft, die im jüngsten Gericht dann von allem Irdischen getrennt wird und das ewige Leben erbt. Die Frage ist deshalb auch wirklich, wie soll man Civitas Dei eigentlich übersetzen? Sie finden Ausgaben, da ist übersetzt vom Gottesstaat. Aber wahrscheinlich ist das nicht passend. Es wird auch inzwischen vermieden. Das weckt falsche Assoziationen. Es ginge doch um eine irdische Herrschaft nach göttlichen Vorgaben. Und genau hierum geht es ja gerade nicht. Die Civitas Dei meint keine irdische Herrschaft. Eine politische Erscheinung. Es wird jetzt eher Bürgerschaft Gottes übersetzt. Stadt Gottes. Ratzinger hat es als Gottespolis übersetzt. Oder himmlische Stadt. Es geht um die Gemeinschaft in Gott, um die Gemeinschaft der Erwählten. So ist zwar der Gebrauch der für unser sterbliches Leben notwendigen Dinge beiderlei Menschen und Häusern gemeinsam. Aber der Endzweck, zu dem man sie gebraucht, ist bei beiden anders und grundverschieden. Demnach strebt der irdische Staat nach irdischem Frieden und versteht die Eintracht der Bürger in Befehlen und Gehorchen als gleichmäßige Ausrichtung des menschlichen Wollens auf die zum sterblichen Leben gehörenden Güter. Der himmlische Staat dagegen oder vielmehr der Teil desselben, der noch in dieser vergänglichen Welt auf der Pilgerfahrt sich befindet, bedient sich notwendig auch dieses Friedens. Er schreibt nochmal, so benutzt auch der himmlische Staat während seiner Erdenpilgerschaft den irdischen Frieden, soweit es unbeschadet der Frömmigkeit und Religion möglich ist, und stellt diesen irdischen Frieden in den Dienst des himmlischen Friedens. Also die Civitas Dei bedient sich der irdischen Güter, der Civitas Terena. Insbesondere bedient sie sich des irdischen Friedens, aber eben nur zum Zweck der himmlischen Güter, nur zum Zweck des himmlischen Friedens. Irdische Güter sind nur Mittel, man benutzt sie, uti. Selbstzweck sind allein die himmlischen Güter, die allein genießt man, frui. Hier geht es noch weiter jetzt. Solange er darum im irdischen Staate gleichsam in Gefangenschaft sein Pilgerleben führt, trägt er keine Bedenken, den Gesetzen des irdischen Staates zu gehorchen. Nun hatte aber auch der irdische Staat seine Weisen, die von der göttlichen Lehre verworfen werden. Sie mutmaßten oder glaubten, von Dämonen betrogen, man bedürfe des Beistandes vieler Götter. Der himmlische Staat dagegen weiß nur von der Verehrung eines einzigen Gottes. So konnte er unmöglich die Religionsgesetze mit dem irdischen Staate teilen, sondern musste darin von ihm abweichen und somit Verfolgungen ertragen. Während also dieser himmlische Staat auf Erden pilgert, beruft er aus allen Völkern seine Bürger und sammelt aus allen Zungen seine Pilgergemeinde. Er fragt nichts nach Unterschieden in Sitten, Gesetzen und Einrichtungen, wodurch der irdische Friede begründet oder aufrechterhalten wird, lehnt oder schafft nichts davon ab, bewahrt und befolgt es vielmehr. Nur darf es die Religion, die den einen höchsten und wahren Gott zu verehren lehrt, nicht hindern. Das heißt, die Civitas Dei beugt sich auch willig den irdischen Gesetzen der Civitas Terena. Die einzige Ausnahme ist, wenn die irdischen Gesetze dem göttlichen Verbot des Götzendienstes zuwider sind. Dann kommt es zum Konflikt mit der Civitas Terena, wie es vor allem in den Christenverfolgungen der Fall war. Aber wenn es um sonstige Fragen des politischen Zusammenlebens geht, kommt es zu keinen nennenswerten Änderungen. Die Civitas Dei definiert sich ganz und vollständig durch die Gottestreue. Es ist der einzig relevante Sinn von Gerechtigkeit und das ist nichts irdisch-politisches. Diese zwei reiche Lehre bleibt in Mittelalter und Reformation Fixpunkt für das Christentum, aber sie ist auch umstritten. Umstritten ist, wie genau soll man sie deuten und gestritten ist auch, stimmt das? Bei der Deutung ist nämlich eine Frage prekär. Gut, die Civitas Terena, das ist eindeutig der reale irdische Staat. Okay, aber ist die Civitas Dei die reale christliche Kirche oder ist es eine völlig abstrakte, nicht-institutionalisierte, quasi-ätherische Gemeinschaft, die zwar auf Erden pilgert, von realen Menschen getragen wird, aber nur im Geiste, niemals als Organisation verbunden ist. Und hier herrschte immer schon Uneinigkeit. Vor allem die katholische Seite hat die Civitas Dei gern als die reale Kirche interpretiert, als organisierte Institution im Gegensatz zum realen Staat. Zwar mit geistigen Wurzeln, aber mit institutioneller Gestalt. Vor allem die protestantische Seite verneint das meist. Die sieht in der Civitas Dei gar keine reale Institution, sondern eine reingeistige Verbundenheit von gleichgesinnten Gläubigen. Also das ist eine wichtige Interpretationsfrage hier. Und natürlich gibt es darüber hinaus die Angemessenheitsfrage. Wir haben hier eine weitgehende Entkopplung des irdischen und des Göttlichen. Der irdische Staat, die Civitas Terena, ist notwendig amoralisch, aber auch letztlich unwichtig. Was zählt, ist allein die Civitas Dei, die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft in Gott. Und die nimmt keinen wesentlichen Einfluss auf die irdischen Verhältnisse. Die Civitas Dei hat zwar Anteil an der himmlischen Gerechtigkeit, aber diese lässt sich gerade nicht auf die irdischen Angelegenheiten der Civitas Terena übertragen. Damit haben wir hier eher den Trennungs- als den Gegensatzgedanken. Irdische Erfolge haben nicht wesentlich mit Gottes Heilsplan zu tun und christliche Gerechtigkeit ist gegenüber irdischen Verhältnissen weitgehend indifferent. Gegen diese Trennung gab es aber auch im westlichen Christentum durchaus Einwände. Es gab auch Vorstellungen, dass die christliche Lehre starken Einfluss auf die irdische Politik doch üben muss. Klar, dem Christen geht es immer vorrangig um das jenseitige Heil, gut, aber für manche Denker sind die irdischen Verhältnisse trotzdem auch in sich wichtig. Bei Augustinus ist letztlich allein der Götzendienst zu vermeiden. Alles andere kann man unangetastet lassen, weil es weniger relevant ist und ohnehin nicht verbessert werden kann. Für andere Denker hat der irdische Staat eine viel größere Bedeutung und unterliegt daher moralischer Korrektur aus religiöser Sicht. Und werfen wir da mal einen kurzen Blick jetzt noch auf Thomas und Luther. Auch bei Thomas haben wir einen klaren Primat des himmlischen Heils. Es geht im Leben letztlich allein um die Fruizio Divina, um den Genuss des Göttlichen. Ganz gemäß Augustinus, sogar das Vokabular, das Frui, taucht hier wieder auf. Das führt aber bei Thomas nicht zu einer völligen Entkoppelung vom irdischen Geschehen. Der irdische Staat wird nicht so abgewertet als heilsgeschichtlich unwichtig und moralisch unverbesserlich. Vielmehr ist der irdische Staat eine relevante und prägbare Vorbereitung des himmlischen Heils. Und ist damit in seiner genauen Gestaltung von großem theoretischen und praktischem Interesse. Das ist anders als bei Augustinus. Den interessiert die genaue Verfasstheit des irdischen Staates kaum. Entsprechend greift Thomas auch wieder verstärkt auf heidnische Philosophen zurück. Deren politische Ideen zum irdischen Staat sind durchaus wichtig und brauchbar. Zum Beispiel, wo kommt der überhaupt her, der irdische Staat? Ja, der gründet nicht im theologischen Ereignis eines Sündenfalls, sondern das liegt nach Thomas im sozialen Wesen des Menschen verankert. Im Menschen als animal soziale et politicum. Und das ist klar gegen Augustinus gewandt, stattdessen von Aristoteles übernommen. Das so ein Politikum. Genauer soll ganz aristotelisch der Staat dem guten, das heißt tugendhaften Leben der Bürger verdienen. Natürlich wird inhaltlich diese Tugendhaftigkeit jetzt christlich-theologisch gedeutet als Einheit mit Gott. Und das ist recht erstaunlich. Hier haben wir eine hohe Bedeutung konkreter politischer Verhältnisse. Es geht um inneren Frieden, um geeignete Erziehung. Sogar ein materieller Mindestwohlstand ist für Thomas wichtig. Es ist eine notwendige Bedingung für geistige Seelenheit. Weltliche Herrschaft ist nicht böses Ergebnis des Sündenfalls, sondern sie kann gerechtfertigt werden, weil gegenüber den divergenten Kräften der gegensätzlichen Einzelinteressen die Einheit des Staates gewährleistet werden muss. Das ist jetzt nicht mehr sehr aristotelisch, das ist eher an Platon ausgerichtet, dieser Einheitsgedanke. Insbesondere wird ganz platonisch die politische Herrschaft im Staat analog zur Herrschaft der Vernunft über die vernunftlosen Seelenteile begriffen. Das macht Platon, das macht nicht Aristoteles. Höchstes Paradigma solcher Herrschaft ist aber nun freilich wieder christlich-theologisch angelegt. Das ist die Herrschaft Gottes über die Welt natürlich. Das ist das höchste Paradigma. Auffällig ist, wie wichtig hierbei für ihn schon die rechtliche Sphäre ist. Die Einheit des Staates kann bei Thomas nur durch formale Rechtssicherheit gewährleistet werden. Und wenn es darum geht, was heißt das inhaltlich genauer? Menschliche Gesetze haben für ihn eine Vorgabe, nämlich das, hoppla, das Naturrecht. Das ist jetzt ein Anschluss an Cicero. Die menschlichen Gesetze müssen eine angemessene Auslegung und Konkretion des natürlichen Gesetzes sein. Dieses natürliche Gesetz wird seinerseits freilich wieder christlich-theologisch begriffen. Das gründet im göttlichen Gesetz und wesentlicher Inhalt sind die zehn Gebote. Grundsätzlich, die Letztanbindung hier ist jeweils theologisch bei ihm, das merken Sie schon. Aber zentrale Gedanken zum politischen Staat, Animalpolitikum, Einheit des Staates, Naturrecht, das sind Inhalte bereits der natürlichen Vernunft und deshalb sind für ihn heidnische Erkenntnisse durchaus brauchbar. Und das setzt sich in der Staatsformendiskussion fort. Die betreibt Augustinus praktisch überhaupt nicht. Thomas macht schon wieder eine Staatsformendiskussion, weil ihm der irdische Staat wichtig genug ist, um das zu diskutieren. Und er greift wieder auf heidnische Vorlagen zurück, weil auch Heiden hier wichtige Einsichten haben können. Er sagt, prima facie ist eigentlich nur Monarchie am besten, wegen der Einheit, auf die es ankommt. De facto aber ist eine Mischung aus Monarchie, Aristokratie und Demokratie am besten, mit einem König an der Spitze, unterstützt durch mehrere Tugendhafte und der König soll aus dem Volk und vom Volk gewählt werden. So ist das gedacht. Aber klar, dieser Staat dient ja letztlich dem Seelenheil. Deshalb kommt es auch hier wieder zur christlichen Ausgestaltung dieser klassischen Gedanken. Insbesondere sind die weltlichen Könige letztlich dem christlichen Papst untertan. Denn nur so können wir diese Ausrichtung auf das Seelenheil garantieren. Also bei Thomas haben wir eine viel weniger strikte Trennung von irdischem und himmlischem als bei Augustinus. Bei ihm ist der irdische Staat wichtig und verbesserungsfähig mit Blick auf das geistige Heil. Und deshalb haben wir eine viel stärkere Diskussion weltlicher Fragen. Und deshalb haben wir auch eine größere Bedeutung des klassischen philosophischen Denkens. Das irdische ist beachtenswert, weil es dem himmlischen merklich vorarbeitet. Und da dieses irdische der natürlichen Vernunft zugänglich ist, sind die Werke heidnischer Denker durchaus beachtenswert. Denn natürliche Vernunft haben wir. Die Kehrseite ist, als jetzt die christliche Kirche eine weltliche Rolle spielen darf. Die irdischen Verhältnisse sind wichtig, aber eben für das Seelenheil. Deshalb ist christliche Einmischung angemessen. Und zwar durch die Kirche. Und für ihn darf diese Kirche auch durchaus mit der Civitas Dei identifiziert werden. Das ist die typisch mittelalterlich scholastische Verteidigung der etablierten Kirche. Die Kirche ist die Civitas Dei bei ihm. Bei Luther sieht das wieder ganz anders aus. Denn den empört ja bekanntlich genau diese zunehmende weltliche Machtstellung der Kirche. Der bemängelt ökonomische und militärische Aktivitäten der Päpste, den Ablasshandel, das Kriegswesen. Er beklagt die Abwendung vom reingeistigen Ziel der Seelenerlösung. Und deshalb findet er Rückhalt eher bei Augustinus als bei Thomas. Luther formuliert wieder eine zweireiche Lehre. Wie Augustinus. Luther sieht sich selbst ausdrücklich näher bei Augustinus als bei der Scholastik. Dembei ist ja selber sogar Augustiner Mönch von seiner Herkunft her. Und die Trennung dieser beiden Bürgerschaften ist sogar noch strikter als bei Augustinus. Das Regnum Christi ist die Gemeinschaft wahrer rechtgläubiger Christen. Das Regnum Diaboli ist die Gemeinschaft der Nichtchristen. Beachtlich, die sind jetzt wirklich disjunkt. Hier gehören sie nicht beiden gleichzeitig an. Sie gehören entweder dem einen oder dem anderen an. Das heißt natürlich auch, die sind offenbar nicht mit Kirche und Staat zu identifizieren. Denn Kirche und Staat sind ja nicht disjunkt. Auch als frommer Kirchenmenschen sind sie immer noch Staatsbürger. Genauer ist weder das eine die Kirche noch das andere der Staat. Das Regnum Christi mag zwar Augustinus Civitas Dei entsprechen, aber nur wenn sie die nicht als reale Kirche missverstehen. Und das Regnum Diaboli ist definitiv nicht Augustinus Civitas Terena. Es ist nicht einfach der irdische Staat, dem ja auch jeder Christ angehört. Sondern das ist jetzt wirklich die Gemeinschaft der Nichtchristen. Kirche und Staat kommen erst auf der nächsten Ebene ins Spiel. Beide jetzt. Nämlich die Kirche ist das Werkzeug, mit dem Gott das Regnum Christi regiert. Nämlich rein geistlich, durch das Wort, zum Zwecke der Erlösung im Glauben. Und der Staat ist das Werkzeug, mit dem Gott das Regnum Diaboli regiert. Nämlich eben weltlich, durch Zwang. Zum Zwecke der Vermeidung von Zerstörung. Die Kirche würde genügen, wenn die Mehrzahl der Menschen dem Regnum Christi angehörten, da solche Menschen sich freiwillig an das Liebesgebot halten, also niemals Unrecht begehen. Der Staat ist nötig, weil leider die Mehrzahl der Menschen dem Regnum Diaboli angehören und deshalb zwangsweise zum Gehorsam gebracht werden müssen. Das heißt, die Kirche ist keineswegs unbedingt gut, denn sie ist leider nur ein fehlbares Instrument Gottes im Reich der Christen. Und der Staat ist keineswegs unbedingt böse, denn er ist auch immerhin ein legitimes Werkzeug Gottes. Nur eben im Reich der Gottlosen. Ursprünglich gut und böse sind nur diese beiden Reiche selbst. Und nachgeordnet gut und böse wird es, wenn Kirche beziehungsweise Staat die ihnen zugewiesenen Aufgaben nicht erfüllen. Wenn die Kirche weltliche Macht anstrebt und der Staat auf den geistlichen Glauben einwirken will. Das sind aber auch schon die einzigen Einschränkungen. Es gibt keine weiteren relevanten Vorgaben für die irdische Herrschaft. Insbesondere gibt es keine Äußerung zur besten Staatsform. Wieder wie bei Augustinus. Solange der Staat sich aus Glaubenssachen raushält, ist es in Ordnung. Die wesentliche Frage ist allein die theologische Frage des rechten Glaubens. Deshalb gibt es auch keine verlässliche Auskunft der natürlichen Vernunft. Keine wesentlichen Einsichten heidnischer Philosophen wie bei Thomas. Das ist typisch für den frühen Protestantismus. Anders als die Scholastik übt er keine Anknüpfung an die klassische Philosophie. Der will nur an die Bibel anknüpfen. Alles andere ist ja Unfug für ihn, irrelevant. Insbesondere, es gibt keine große Bedeutung des Naturrechts. Das taucht zwar auf, es ist Ausfluss des göttlichen Gesetzes, es ist Maßstab aller menschlichen Gesetze, aber es gehört ganz in dieses zweitrangige Regnum Diaboli. Es bleibt hinter der Bergpredigt zurück. Die gehört zum Regnum Christi. Allein dieses Naturrecht wäre aber der nicht-theologischen natürlichen Vernunft zugänglich. Aber es ist kein Teil des göttlichen Gesetzes, wie bei Thomas. Da gehört das Naturrecht zum göttlichen Gesetz. Hier nicht. Das ist nur eine untergeordnete Form für die irdischen Verhältnisse. Und deshalb ist philosophisches Denken hier ziemlich nachrangig. Das heißt, bei Luther haben wir wieder eine ganz starke Trennung der beiden Reiche, sogar radikaler als bei Augustinus. Deshalb hat er wieder kein großes Interesse für konkrete staatliche Verhältnisse. Anders als Thomas. Dem entspricht seine geringe Ansicht von rein philosophischen Denkern. Das Irdische ist irrelevant, betrifft nicht das Himmlische, also zählt nur die Bibel, nicht die Philosophie. Die Kehrseite ist natürlich, dass damit alle weltlichen Ansprüche der Kirche wieder zurückgewiesen werden. Die hat sich eben, bitteschön, auf das Geistliche zu beschränken, aus einem irdischen herauszuhalten. Und sie ist auch nicht selbst das Regnum Christi, sondern sie ist nur Werkzeug in diesem geistigen Bereich. Das ist die typische neuzeitlich protestantische Skepsis gegenüber der etablierten Kirche. Und damit sehen Sie sehr schön, wie die Folie, die Augustinus bereitgestellt hat, für das christliche Denken durch Jahrhunderte hindurch prägend bleibt, durch den Katholizismus, durch den Protestantismus hindurch prägend bleibt. Immer die Frage, wie verbinden wir weltliche und geistliche Herrschaft? Wir haben eine starke Trennung schon vor bei Augustinus. Die bleibt auch bei Thomas ein Stück weit bestehen, ist aber längst nicht mehr so scharf. Und Luther reaktiviert sie wieder und macht sie eigentlich noch schärfer, als sie selbst bei Augustinus war. Vielen Dank und bis kommende Woche.